Danke, mein Lieber. Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Hörlöchen nach Österreich und in die Schweiz. Willkommen bei Dingspump für Ausländer. Unsere heutigen Kandidaten sind Kemal und Hakan. Und ich würde vorschlagen, dass wir gleich voll einsteigen. Der erste Begriff wird erklärt von Rainer und Manfred. Beide lange, lange Jahre angestellt im Kreisverwaltungsreferat. Und hier sind die beiden. Viel Spaß. So, du musst wissen, wenn du da hingehen, du musst früh aufstehen, weil wenn du zu spät kommst, du lange warten müssen, du musst. Vorher schön rasieren. Du dann gut riechen. Und wenn du groß hingehst, in großes Haus? Ja, genau. Du musst Nummer ziehen. Ziehen, genau. Nummer ziehen. Ja, genau. Nummer ziehen, nicht Nummer schieben. Das war jetzt aber nicht leicht. Eine ganz, ganz harte Nuss. Jetzt bin ich aber auf eure Antwort gespannt, Hakan und Kemal. Ja, es handelt sich ganz offensichtlich um das Kreisverwaltungsreferat. Oder was denkst du, Kemal? Ich kann dir nur zustimmen, Hakan. Kreisverwaltungsreferat. Ja, da gucken wir doch gleich mal in die Antwort rein, was? Die richtige Antwort, Claudette. Kreisverwaltungsrestaurant. Richtig. Schade, schade, schade. Knapp vorbei ist auch vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Dingsburgs für Ausländer. Dankeschön.